Ja, willkommen hier bei Let's Play Call of You Wireless ganz länger. Wir sind immer noch dabei zur Fail-Szene hier hinzukriegen und ich brenne herunter und lösche sie. Ja. Würde ich kenn, wenn ich nicht so blöde bin. Die Sache ist auch, dass ich die Blunte nicht mal sehe. Um sie auszumachen. Ich renne einfach durch hier. Ah, da ist sie, da ist sie, da ist sie. Marks, mein Herz wurde zerbohnt, wie ein Sledgehammer. Hä? Jetzt fall ich durch den Boden. Ey. Okay, jetzt habe ich die Blunte gefunden, aber ich war zu langsam und dann fiel ich durch den Boden. Hä? Ich habe doch angehalten. Wie kann ich denn trotzdem da runterfallen? So, nochmal. Rüber, 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 rüber. Ah, was denn? Geht's noch fairer? Ich war gerade drüben. Renn halt. Nein. Hallo. Puh. Natürlich war ich erfolgreich oder sicherlich wäre ich nicht mit euch Leute hier heute reden. Natürlich habe ich die letzte Dynamite-Frage. Ja, das war mächtig. Mächtig knapp war das gerade. Und wie viele Fels haben wir da hier gehabt? Auch wenn ich es da runtergefallen wäre, ne? Ich hätte mein Gamepad gefunden. Ich hätte echt mein Gamepad gefunden, wenn ich da jetzt runtergefallen wäre und alles von vorne gemacht hätte. Und er hätte müssen. Oh nein, bitte nicht. Ich hier ist runterfallen, ne? Ich hasse Szenen, wo man balancieren muss. Ich hasse die einfach in jedem Spiel. So, aber ein Nugget der Wahrheit gibt's doch hier noch bestimmt. Ich habe aber keine Lust, die... Ich habe aber keine Lust, die... Oh man, die sind aber auch überall, ne? Wir sind aber auch überall. Was? Ich habe mich doch getötet. Was denn? Von wo denn noch? Von oben? Von vorne? Von links? Rechts? Nichts? So, dann komm mal. Oh, schön immer wieder die Szene neu zu spielen. Es trifft ihn. Oh, komm. Oh, komm. Was? Ich habe den doch getötet. Ich kann auf alles ballern, aber irgendwo bleibt doch wiederum einer am Leben. Oder auch so. Ja. Das war wirklich meine Schuld gewesen. Ja. So, haben wir es jetzt. Noch mal einen werfen hier. So, können wir jetzt endlich... Den mal. Och, Mann. Zwei Richtungen. Und ich drück immer die Richtung, die falsch ist. Das gibt's doch nicht. Oh, ich krieg hier... Anfall. Wo ist denn hier? Was? Was ist denn los? Noch einmal. Dann halt gut, dann halt nicht. Noch mal den. Wieso lebt der denn noch? Ich hab den noch getötet, der da ist. Warum lebt der denn immer noch, obwohl ich ihn gerade getötet hab? Spiel verarscht mich doch nicht. So, der ist aber eindeutig tot jetzt. Toter als tot. Noch irgendwelche Fragen? Du Bastard stirbst. So, dürfen wir... Ernsthaft jetzt? Ach, nööööööööö. Darauf hab ich jetzt nicht so Bock. Habe ich überhaupt noch Dynamit? Junge, ich habe nicht mal Dynamit mehr. Wie soll ich mit Dynamit das Geschütz erstellen, wenn ich kein Dynamit habe? Na, wo haben wir den da noch? Der habe mich nicht erwischt, verdammt. Es ist aber auch so schwer zu sehen, in welche Richtung man ausweichen soll. Es ist wirklich sehr schwer zu sehen. Es ist extrem schwer zu sehen, glaubt mir das. Ich finde es nicht schlecht, es ist nur so schwer zu sehen, in welche Richtung man ausweichen soll. So. Oh, komm. Wie viele sind denn da? Ja, aber auch so viele und dann das Geschütz auch noch. Das ist natürlich... wow. So. Meine Todesahnung ist wieder voll. Die Todesahnung funktioniert nicht bei Geschützen. Wollte ich nur mal noch so als Information sagen. So. Sollte aber am Ende das jetzt gut... ...gerockt haben. So, den aber auch. Au. Jetzt rennen wir doch mal zur nächsten Station. Bitte ein Checkpoint jetzt, wenn ich gleich in der Nähe bin. Da muss ich hin. Nein. Entschuldigung. Und wo ist es hier, das Nacket der Wahrheit? Was hier irgendwo sein soll? Okay, Dynamite habe ich alles wieder. Ha! Danke. Da ist die Seite. Oh, Mann, ist das Spann hier gerade. Oh, Mann, ist das Spann hier gerade. Es ist nicht fair. Ah. Aber der ist nicht so wunderbar funktionieren. Woa! Woa! Fuck, da können wir doch mal... Soldaten! Äh, Gegner, meine ich. Ah, Wunderbar, ein Gepanzerter, ja. Ist klar, ist klar. Gegen... Das Geschirz ungleichsätzlich gegen einen Gepanzerter. Ich meine, also... Ja. Mach ich gerne. Wieso? Ich habe da eine Dynamite-Stange hingeschmissen. Sag mal. Willst du mich verarschen? Äh, ja, nee, ist, ist klar. Ich meine... Wir haben ja jetzt... ...Mehre in den Stein geworfen. Ist richtig. Ist richtig. Verstehe ich voll und ganz. Jetzt hören wir mal auf so schießen. Los. Wahnsinn. Warum? Ich habe mich nicht bewegt. Warum hat er es weiter nicht getroffen? So, jetzt aber. Das muss ich weg hier. Bravo. Komm, jetzt ein DASA. Au, au, au. Schnell. Regenerieren. Komm her, du. Tschüss. Was denn? Was denn? Ey. Boah. Ich hab... Ihr seht es. Ich habe da drauf geholzt. Bis zum Gehnehmär. Ich habe da richtig drauf geholzt. Warum hat der Zweite keinen Schaden gemacht? Warum macht er keinen Schaden? Ich treffe doch direkt. Werf direkt rein. Nein. Kraft es nicht, ey. Ich treffe die, der Krall, das ist dem egal und er kriegt keinen Schaden. Warum? Ja, ich bin doch hinter der Wand. Mann. Ey, ich bin doch ausgewichen. Ey. So, aber... Warum so wenig Schaden? Ich werf die weg rein. Ich werf doch rein. Och, komm! Ernsthaft? Tch. Ich habe mich nicht bewegt und trotzdem nicht durchgeworfen. Was soll das? Guck mal hier. Munition. Oh, Mann. Ich bewege mich doch nicht. Warum wirft er denn gegen die... gegen den Stein? Nein. Meine Güte. Was soll denn das? Ich bewege mich nicht und er wirft trotzdem gegen den Stein. Obwohl, kurz zuvor ich nicht gegen... äh, gegen den Stein geworfen habe. Ey. Boah. Ja, 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 ja. Ey, warum nimmt er keinen Schaden? Ich werf ihn da rein. Boah. Sechs Dynamitstangen und er nimmt nur ein mal ein bisschen Schaden. Warum? Alle habe ich bei ihm reingeworfen. Alle. Was soll denn das? Boah. Könntest du ihn bitte treffen? Gehre B CCH. Ich steh schon davor. Und schieß genau auf ihn und trotzdem... So. Cose aus. Und dann fragen's. Du kannst mich nicht famous haben. So. Ich treff ihn bitte. Ich hab ihn noch reingeworfen. Ja, ist lustig, genau. Werf direkt rein, das klingt geil. Ich hab ihn noch reingeworfen. Neeeee. Hallo, geh doch mal da links. Oh, ey. Was soll ich denn machen? Ohne Worte, echt ohne Worte. Hier reinwerfen, das ist mir natürlich egal. Stopp. 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 Das war lustig. Ja, neil dich doch jetzt mal. Sag mal. Sag mal. Boah, Junge, ich hab dich doch direkt angeschossen. Warum stirbst du denn nicht? Ich versteh das nicht, ey. Du nimmst so wenig Schaden und ich hau trotzdem mit Dynamit hin, ey. Du weißt, wer ich bin? Oh, Mann. Witzlos. Warum. 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 ging ich Schaden. So, hier. Hier. Der hat ja wunderbar Schaden genommen, nämlich kein. oh man was soll ich denn machen wenn der null schaden nimmt selbst wenn er gepanzert ist sollte er mit der dynamit stange schaden nehmen als bitte leute ah falsche tasse danke oh leute ja wunderbar jetzt aber bitte ja 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 Oh nein, jetzt kommt der schon wieder. Leute, was soll ich denn machen, ey? Was soll ich denn wirklich machen? Ich balle auf den, scheißegal, Dynamid, scheißegal, ich... Keine Ahnung. Ja, hör mal auf, los. Hallo? Sag mal! Mehr als auf ihn schießen, kann ich auch. So. Meine Güte! Schier schon auf dich hier! Oh, Mann! Immer dasselbe. Ja. Los, 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 los! Wahnsinn! Unendlich, ey! Das muss ich nur noch den Kid Curry töten. Aber warum er eben, dieser Gepanzerte mit dem Dynamid, keine Probleme hatte, frag ich mich die ganze Zeit. Aber jetzt auf einmal, ne? Du verarschst mich anscheinend. Los! Los! Gib mir deine Hand hier, Gott, dammit! Endlich, habe ich diesen Tunnel runtergebracht. Und das ist, wenn ich auch Kid Curry kennengelernt habe. Er hat entschieden, mich zu verraten und mich persönlich zu verraten. Boah. So. 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 Endlich können wir hier die Gnadenschluss verpassen. Mal mehr, Digga. Ich habe einen Hass kam auf dich. Sie hinter einem Geschütz zu verstecken. Wobei, das habe ich auch vorhin. Aber egal. Ich darf das, ich bin der Spieler. Ich möchte nur noch heulen. Ich möchte nur noch heulen. Oh, Mann. Was ist denn? Ich kann nicht mehr. So. Jetzt. Jetzt stirbst du aber. Und doch nur du. Los. 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 Komm. Mann. Warum denn, Leute? Habt mich doch mal lieb. Ich bin doch immer brav. So. Wunderbar. Jetzt. Jetzt muss es doch mal. Klappen. Mein, mein Fuchs ist ja gut. Ich habe er früh genug gedrückt. Ey, ich erschieße gleich unehrenhaft. Das ist mir so egal. Das ist mir gerade. Ich schnuppe. Das ist mir gerade. Ich schnuppe. So. Pack den Hand mal da am Colt. Danke. Ich schicke. Was denn? Was denn? Kein Kommentar jetzt. Und als er gefeuert wurde, habe ich gefordert, dass ich die Wehre von Roscoe Bob Bryant wissen konnte. Er schallte mich an. Ist das, was das geht? Bob ging mit Butch und Sundance in Südamerika. Du hast ihn nie gefunden. Was? Meine Fresse! Jetzt stirb halt! Meine Güte! Der will einfach nicht sterben, der Sack! Ich weiß, unehrenhaft, es ist mir so schnuppe. Aber, jetzt ist der Part irgendwie beendet und wir sehen uns im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen!